Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir die Festung gestürmt und alles kurz und klar gemacht. Zum Beispiel diesen sechs neuen mechanischen Typen da, der uns die ganze Zeit verfolgt hat. Der ferngesteuert war. So, und wir müssen nun immer noch diese eine Wolf-Gruppe treffen. Und ja, man hat uns hierhin geschickt, oder uns geraten hierhin zu gehen und jetzt sind wir bei ihr. Frems. Aber erstmal umziehen. Ich würde sagen, wir ziehen mal hier unser neues Kostüm an. Da hat man uns ja noch kaufen. Die Waffe, ne? Obwohl... Jetzt haben wir genau... Na gut, da war noch mal. Wollt sich auch schön aus. Sieht so ein bisschen aus wie... hier. Aber nur ein bisschen. Das ist so eine japanische, traditionelle Kleidung, ne? Gasse, 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 was weiß ich. Oh, wo bin ich nicht mehr? Das hat mich schon aus. Ah, wer wagt ist meine Aussicht zu stören? Bist du hin? Ja. Ich bin Kittel, du? Okay, weiter. Oh, das war direkt. 17 gibt's hier, glaub ich, ne? Au. Wie kannst du es wagen? Verdammt, wenn er 10.000 gewesen wäre, wäre das gut gewesen. Können wir uns bald ein neues Schwert kaufen? Das sind Geräusche, die ich mag. Pass am Tag. Was will ich mal gucken? Ich glaube da kommen wir... Ist doch nichts. Kriegen aber egal. Ohja! Nee. Ohja! Woabs, soweit wollte ich nicht da unten. Lasse er mich... Bitte woanders hin. Wo bin ich? steckt da irgendwie fest keine ahnung der erste aufnahme ist mal wieder glück und irgendwelche machen wird das wahrscheinlich auch weitergehen ganz doll du ganz besonders du so ein rage ding ist voll mal bei der nächsten gegenheit einsetzen verdammt machen wir das nochmal verdammt warum wahrscheinlich was gibt nicht wo ich habe es darauf geachtet weil ich abschneiden was du also ich mit du meine ich wahrscheinlich kids schuld aber meine ich habe einfach sprung gedrückt das war nicht so intelligent wild um sich schlagen die ganze zeit und man trifft schon was soll ich so ein ding warum warum tue er da da ist die truhe da will ich hin wenn es das letzte ist was ich tue verdammt was los die springen die sind nicht mit mir jetzt nicht exoten schon wieder da komme ich jetzt da hoch ja ich dachte habe ich mir schon gedacht dass ich mich da nicht festhalten kann ruhig 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 irgendwie so eilig kann das sein da habe ich doch zeit gab steine in den wänden ich habe keine ahnung ob ich gut oder böse sein aber ich glaube das löse deswegen bin ich gut und deswegen müssen wir kämpfen sorry von allen weiß ich action helden animais was weiß ich einfach alles da kann ich und rechts irgendwie dahin ich glaube nicht mehr dann nach links will schon nach rechts gehen bei denen kann ich aber irgendwie nicht einsetzen kann das sein okay wo kommen die viecher die ganze zeit her wo ist hier so ein kack ding die ausspricht da wartet erst mal muss ich einsammeln wir haben müssen wir nicht so schwer mein sterben ist ja ganz schön schwer im spiel dann bin ich mal so im kampf gestorben irgendwie hier beim boss wir sind ein mechanischen fisch dass wir jetzt sind kämpft haben einmal haben wir auch nicht leider war der daten ist oder so ein teleporting glaube ich weiß jetzt nicht ich erkenne hat ging so schnell ich sehe viele von diesen dinge an wir sind teleporting an hey 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 das ist so ein dreck sonnendreck und ich bin jetzt bei ihr verdammt dann gehe ich runter auf dem weg auf dem weg das kann ich mir mal ein neues schwert holen es wäre ich nicht schon stark genug und sagt hier mal schwer und leistungsschaden langsam aber richtet mehr schaden und bricht leicht durch die abwehr ist und wir haben dafür bekommen die waffen der frau ok wenn es sich jetzt alles noch mal zur sicherheit gucken wo kann man das noch mal gucken mit den jüngern haben die löser oder das ist halte er zwei gedrückt und drücke für den gegner mal so richtig aufzumischen ich kann sogar wenn es bringt sprung sich umdrehen sieht sehr merkwürdig aus ich hatte ihn jetzt mit einem schlafer schaunen ne verdammt warum nicht kaputt macht drang wird hier richtig schön befriedigt in dem spiel kann ich schon mal sagen da war es bestimmt nicht was wie bin ich jetzt das war es okay dann muss man das gibt wie ich jetzt aber kannst du es waren ich bin der megane so war da ist sehr gut soll dann noch mal das ganze da kann ich ja nicht hin also das alles bezweifle ich aber immer mal trotzdem ein ok weiter sehen ob ich was verpasst habe boch dann haben wir ob diese viecher hier in luft sind ja oh das zieht ein bisschen ok wenn ich irgendwie so eine riesige explosion oder so aktivieren wenn man hat macht aber egal spiel ist einfach genug hier können sowieso irgendwie alles verkaufen und es im quere kommt ein paar schläge und du bist fast genauso angezogen wie ich bist so angezogen wie ich was der meaning of this welcome breaker the sisterhood has been waiting for you we have work for you the megazis sisterhood oh i hope they're not still mad about that last time yeah hi there you under the mask there come ha 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 hm mh maior also ganz communist alle der haben gar nicht das analyses Herr Schulte, die Schulte hat gelernt von einem wichtigsten Relik, in der tief in den Häusern dieses Tempel gelegt. Wir würden gerne deine Service holen, um ihn für uns zu holen. Also, mehr Technik du willst von ihren eigenen eigenen Glauben? Wir machen was wir müssen, um die Ordnung zu schützen. Also, du akzeptierst die Aufgabe? Oder musst du andere Methoden finden? Okay, warum nicht? Was bin ich für? Ein Relik, verwendet in der Lokal-Scomaten Ritual. Du wirst ihn wissen, wenn du ihn verletzt. Warum hast du es dir selbst bekommen? Oh, das wird gefährlich sein, nicht wahr? Wir würden es nicht wissen. Wir haben nicht da unten gelebt. Great! Okay, ich bin perfekt angezogen. Zufall? Ja. Was macht ihr da? Was machen die da im Hintergrund? Oder Vordergrund, meine ich. So. Ladies. Ich muss bloß die Post abgeben, während ich hier mal weg bin, ne? So eine Deckung muss doch jemand sein. Ich komme jetzt auch gar nicht mehr zurück, ne? Wie? Na gut. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Ähm. Da wollte ich nicht. Irgendwie zurück. Nein. Da habe ich ja nicht unterschrieben. Ich bin da wieder hoch. Da links waren bestimmt noch ganz viele Schätze und was weiß ich. Ich dachte irgendwie, die Ruin ist woanders und nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich bin da wieder hoch, ne? Da war meine Falle. Na! Dann weiß ich aber, wo ich was verpasste. Wenn ich hier was verpasse... einmal habe ich mal irgendjemand töten dann nicht mal dazu und dann ist ein schick von der ausgabe weg immer menschen mal die folge ganzen schätze suchen habe ich beinahe getötet da geht weg so gut oder böse ich glaube ich möchte ich vielleicht auch immer kaputt zu machen wieso weg die dinger meinen reichweite ich will was haben macht aber nichts ich habe schon bestimmt ein paar sachen verpasst wir haben wir mal ich habe so viele muss was für mich kaputt machen und einen dicken schädel was da blöd das war darunter ob der in der aufnahmen nehmen ja ich wusste es ich wusste es ja ich wusste es ja ich hab's voll drauf mit weg na da kommt ja mal mehr ich mal kurz da hoch schüttler sachen ja schon wieder weiter lauf und vor viel sagt verpasst war verdammt ihr es war sehr gut so könnte springen gesagt voll geil und da kommt er direkt nach ich habe ja so eine verfolgungslevel irgendwie komm mal her ne da hilfe dann skiff wo ist es da das gehört gut meine gute klar verstehen hatte ich eins braucht aber nicht 5000 war Mach mal halblang. Wenn ich nicht, dass die war, die war. So, alle Gegner. Ich da oben bin, irgendwie. Wenn es mir irgendwie möglich ist. Ich glaube so. So, einmal da lang. Was? Da ist nichts. Ist da oben? Ja, da voll ein Knall, ey. Das ist auch nichts. Warte mit den Bimmel. Da oben noch ein. Meine Herren. Nice. Und ich würde sagen, solange ich hier noch oben sicher bin, beende ich den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bedanke mich alle herzlich für die Zuschauer und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Tschüss bis zur nächsten Folge. Das, was dir jetzt tut. Wie sofort erwähnete mich?